Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen am Tele-Stammtisch. Heute mit der Besprechung von The Creator, dem neuen Science-Fiction-Film von Disney-Fox und Regisseur Gareth Edwards, der nach langer Pause wieder zurückkehrt. Ich bin der Stu, ich gönne mir überhaupt keine Pause, ich bin immer am Start und ebenfalls immer am Start ist der Timo. Hallo Timo. Hallo. Und der Max ist auch dabei. Hallo. Hallo Stu. Ach, es freut mich mit euch über diesen Film zu reden, der am 28. September in die deutschen Kinos kommt. Es war ja so ein Kandidat, wo man gedacht hat, hm, wird Disney den verschieben wegen Streiks, aber nein, haben sie nicht getan. Und wir konnten ihn jetzt sehen und wie wir ihn fanden, darüber reden wir jetzt, bevor wir das aber tun, muss eins geklärt werden, nämlich worum geht's in The Creator und wer von euch beiden traut sich denn mal an eine Synopsis ran? Wer ist tapfer? Dann mach ich das. Geht natürlich um das omnipräsente Thema KI, die künstliche Intelligenz wird von den Amerikanern in einen Krieg gezogen und dann wird irgendwas mit New Asia ins Feld gebracht. Und inmitten dieses Ganzen ist die Hauptfigur Joshua gespielt von John David Washington, das ist so ein ehemaliger Special Forces Agent, der trauert um seine verschwundene Frau Maya, gespielt von Gemma Chen und wird dann rekrutiert, um die neue Waffe des Creators zu jagen und zu töten oder zu beseitigen. Das ist ein, der Creator ist so ein nicht fassbarer Architekt dieser fortschrittlichen KI und ja, dieser Clou soll sozusagen den Krieg zugunsten der Menschheit beenden. Und droht aber gleichzeitig diesen Krieg aufgrund der unheimlichen Kraft dieser Waffe zugunsten der KI zu beenden. Und das ist so ein bisschen die Grundkonstellation des Creators und den Rest klären wir jetzt im Gespräch, wie wir ihn fanden, wie er ausschaut und was vielleicht so die eine oder andere Wendung ist, dieser Film hat. Ja, vielen Dank. Ja, KI, wie gesagt, ist allgegenwärtig. Ich für meinen Teil finde die Thematik KI ja durchaus ganz interessant, aber meistens ist es so, wenn es um KI geht, habe ich das Gefühl, habe ich alles schon mal gesehen, habe ich alles schon mal gesehen, habe ich alles schon mal gesehen. Es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Ich muss aber sagen, The Creator, auch wenn er viel Altbekanntes uns präsentiert, ich fand, wie er das Thema behandelt, nicht unbedingt neu, aber sehr schön umgesetzt. Max, was sagst du da? Ja, also frisch ist vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen das falsche Wort, weil der Film sich dann doch vieler Dinge bedient, die man dann meinetwegen schon aus anderen Filmen, in denen Roboter wie Menschen neben dem normalen Menschen auf dem Planeten leben vorkommen. Von dem her glaube ich tatsächlich ist es der Umgang mit dem Thema selbst, der irgendwie frisch reingeht. Der Film beginnt ja auch ein bisschen mit so einer, wie sagt man, in so einer alten amerikanischen Newsshow und man kommt dann eigentlich auch relativ schnell rein, dass es sich um eine alternative Realität handelt, die aber mit dem, ja, wie sagt man, mit der heutigen Zeit wahrscheinlich so in der gleichen Zeitachse sein dürfte. Und ich glaube tatsächlich, dieses Unaufgeregte, dass es eben nicht künstlich wirkt, das macht der Film so gut, dass ich es tatsächlich als frisch bezeichnen würde. Ja, also ich finde vor allen Dingen den durchaus ja zeithistorischen Kontext frisch und sehr, sehr wegweisend. Also nicht nur das Thema KI, sondern auch, dass sich dann das Ganze ja zuspitz auf einen Konflikt zwischen Ost und West, aber nicht der bekannte böse Bube aus Russland, sondern dass es tatsächlich ja dann in diesen fiktiven neuen Start New Asia geht. Und da merkt man halt schon so, dass ja uns seit ungefähr zehn Jahren, 15 Jahren erzählt wird, dass so die zwei großen Player gar nicht mehr USA, Russland sein sollen, sondern eigentlich USA und China und die sich in den nächsten Konflikt sozusagen auf technischer, wirtschaftlicher Ebene liefern. Und den doch sehr, sehr aktuellen Aspekt fand ich sehr, sehr frisch. Beim Rest bin ich bei Stu. Ich finde das Thema KI ist fast schon ein bisschen zu ausgelutscht. Ich meine, da gibt es nur mit Terminator, mit Matrix diverse Dinge, die uns klargemacht haben sollten, dass das einfach der Teufel ist. Und dass wir bitte alle Chat-GPT unbedingt vom Handy löschen sollten, bevor es dann uns irgendwann übernimmt. Spaß beiseite. Ich war gespannt, ob es von AdWords da noch ein paar neue Aspekte gibt zu diesem Thema. Und das, was neu ist, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Cast zu. Denn ansonsten ist es schon eher so, das inhaltlich, was man erwarten konnte, hinsichtlich KI oder künstlicher Intelligenz. Tatsächlich hat er mich dann doch ein bisschen überrascht, weil ich finde, dass er relativ diplomatisch an die Sache rangeht. Also die KI zu Beginn des Films wirkt sie ja wirklich wie, oh guck mal hier, das haben wir schon mal in Terminator 2 gesehen, so ein bisschen. Aber dann öffnet sich das ja Ganze und plötzlich habe ich mich im Film wiedergefuttert und die mussten mich entscheiden, okay, irgendwie ganz die Bösen ist die KI nicht. Die Menschen sind nicht ganz die Guten. Es ist so diplomatisch, es ist so Grauzonen. Ich finde, das hat er eigentlich ganz schön gemacht. Damit hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, das wird halt wieder so ein böse KI, gute Menschheitsding. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen an die ganzen Geschichten nach dem 11. September irgendwie erinnert. Also darum musste ich zumindest denken, weil man hat ja zu Beginn dann auch diesen Anschlag auf Amerika und der halt dann Amerika dazu zwingt, dass sie in die Welt rausgehen und praktisch ihre Feinde irgendwie gnadenlos zu eliminieren. Und ist ja ein bisschen so wie damals beim Irakkrieg. Von dem her, ich glaube, muss man dem Film dann auch zugutehalten, dass er sich dann an relativ strikten, aus dem normalen politischen Leben bekannten Sachen entlanghangelt. Und deswegen dann auch, ich finde immer, wie so ein kleiner Funken dokumentarisch auch wirkt, ohne dass es jetzt zu sehr auf Dokumentarfilm irgendwie gemacht ist. Einfach nur, weil die Zusammenhänge und die Verhaltensweisen aus vielen Dingen miteinander kopiert wurden, die jetzt Amerika in den letzten Jahren, sag ich jetzt mal, und in Anführungsstrichen auch als Invasoren, vielleicht wie im Vietnamkrieg. Also das Gut und Böse hier auseinanderzuhalten ist, ist nicht einfach und nicht gewollt. Ich finde auch, dass man da so ein bisschen merkt, was Edwards schon bisher so in seinem filmischen Schaffen gemacht hat, weil so das Dokumentarische, da bin ich voll bei dir, Max, das ist ja so ein bisschen so sein, seine USP in Anführungsstrichen. Also ich finde ja auch sein Godzilla wirkt ja nicht wie ein Kaiju-Monsterfilm, sondern wenn, dann überhaupt wie so ein pseudodokumentarischer Katastrophenfilm. Und Monsters ist ja sein Debüt und das ist ja nun bekannt dafür, dass da ganz viel gespielt wird mit so diesem, wir zögern das heraus, dass wir die Bedrohung so gar nicht richtig sehen. Das macht er hier zum Beispiel nicht, finde ich, da merkt man so in ein, zwei Szenen, dass es diese Andeutung geben soll, aber dann geht er doch in die Vollen. Aber da sind schon für den etwas gehobenen Kinobetrachter, der auch Lust hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen, der findet da genug Anknüpfungspunkte, abseits von dem Thema KI, um sich mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen, was so politische Verwirrungen und Irrungen angeht. Und der findet auch sehr starke Bilder, die sind zwar meistens immer mit der groben Keule und sehr plakativ, aber wenn du halt so, ich nenne es mal, ein Massengrab siehst von so Robotern, ich finde, das hat bei mir schon die richtige Wirkung entfacht. Also das waren schon wirklich krasse visuelle Sachen, die er da abliefert. Und zum Thema Visualität werden wir dann gleich noch reden, glaube ich. Ja, sehr gerne. Ich glaube, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ach, wisst ihr was? Was soll's? Wir reden jetzt drüber. Oh, krass, endlich. Ich hab schon gedacht, du wolltest das auf die lange Bank schieben, Mensch. Stu, du Alter. Okay, im Vorgespräch hat mich der Max was gefragt. Und zwar hat er gesagt, Stu, wie schaffst du es, dass dein Haar so seiden, glatt und matt bleibt? Und wie teuer war eigentlich der Creator? Gute Frage. Und ich hab auch eine Frage, wieso macht ihr Vorgespräche ohne mich? Ja, weil wir dich nicht mögen. Alles klar. Wir hatten vorher einen Cast miteinander, okay? Ja, ich hab's schon verstanden. Und dann hab ich das recherchiert. Ich hab natürlich in Hollywood angerufen, Nicole, ich hab's gegoogelt. Und laut Google hat der Film 80 Millionen gekostet. Und wenn ich mir denke, wie toll die letzten großen Blockbuster waren, die allesamt nicht so gut aussehen wie The Creator, hat mich die Summe ein bisschen baff gemacht. Ich glaube, The Creator zeigt sehr gut, dass man mit einer guten Planung und guten Inszenierung wirklich viel rausholen kann und nicht unbedingt 300 Millionen braucht und dann trotzdem nur einen Film abliefert, der aussieht wie vor Greenscreen gedreht. Dieser Film ist vermutlich der schönste Blockbuster des Jahres. Punkt. Jetzt dürft ihr. Hm. Ja. Ist jetzt natürlich, ich hab leider, weiß nicht, so viele Blockbuster hab ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Jetzt gib mir doch einfach recht. Das überrascht Max, das überrascht wirklich. Aber, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, damit das der einfach, glaube ich, dreimal so teuer wie 80 Millionen aussieht. Weil der einfach auch mega, ja, wie sagt man, irgendwie, du merkst halt nicht, wo VFX hängt und steht in diesem Film, aber du weißt, dass in jedem Schuss unglaublich viel Visual Effects drin sein müssen. Und das ist ein gutes Zeichen. Von dem her, keine Ahnung, wie die das mit 80 Millionen geschafft haben, das ist tatsächlich eine Frage. Ich hoffe, dass es nicht durch Sklavenarbeit erreicht wurde. Ich hätte locker das Doppelte gesagt, was das Budget angeht. Der sieht aus wie Dune, also so in dem. Ja, gleicher Kameramann an der Stelle, sei das schon mal erwähnt. Also die Verwandtschaft sieht man auf jeden Fall, der sieht wirklich wie sehr, sehr viel mehr aus. Und du hast es echt schon gesagt, also Nolan muss sich ja hinstand sagen, hier, meine Filme haben, beziehungsweise sagen ja immer, ja, da ist kein CGI drin. Und dann erzählt er, ja, ja, da ist schon CGI drin, aber halt nicht im Fokus. Und hier ist es ja genauso. Also es sieht einfach fantastisch aus. Und gleichzeitig guckst du nicht und sagst, ah, das ist aus dem Computer und das ist aus dem Computer und das ist vor Greenscreen. Hier ist halt sehr viel auch on location gedreht. Und das ist einfach, um das jetzt schon mal diese Floskel vorweg zu nehmen, das ist einfach ein Film, der wie gemacht ist für eine große, möglichst große Leinwand mit guter Akustik. Und er hat vor allem, ich bin ja großer Fan des sogenannten Filmkorns, er hat so eine Körnigkeit. Es wirkt dadurch alles so haptisch, so echt. Also selbst wenn da irgendwie ein Ken Bata-Nabe mit einem halben Gesicht rumläuft, wirkt es authentisch. Und das ist viel wert. Also der Film hat es wirklich ohne Probleme geschafft, mich so in sich hineinzusaugen. Ich habe das alles angenommen. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, wie haben die das gemacht? Nee, ich war wirklich so investiert, da allein durch seine Inszenierung. Und Gareth Edwards würde ich immer gerne vor, gesagt, dass er ohne Hilfe nicht inszenieren kann, weil es ja bei Rogue One da so ein paar Nachdrehs gab. Ich finde aber, dass er hier, gut, wir wissen nicht, ob er das alles gedreht hat, aber ich glaube wirklich, hier bei The Creator heißt der Film, zeigt er wirklich, glaube ich, was er kann. Und das ist ein ganz toller Science-Fiction-Film. Und sei nämlich böse, liebe Dune-Fans, ich habe mich auch auf Dune 2 gefreut, aber nachdem ich Creator gesehen habe, bin ich ganz froh, dass Dune erst nächstes Jahr kommt, weil so kann The Creator als Science-Fiction-Film, glaube ich, besser scheinen dieses Jahr. Weil ich glaube, ganz ehrlich, Dune hätte ihm alleine vom Namen ein bisschen... Lustig, dass du das sagst. Es war tatsächlich heute so ein bisschen aus der Pressevorführung rausgegangen. Da haben wir auch gedacht, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen so ein kleines Entschädigungszuckerl für all die Leute, die jetzt traurig sind, dass Dune dieses Jahr nicht kommt. Die sollen dann bitte alle in den Creator reingehen, weil ich glaube tatsächlich, dass man da was bekommt für Seiten. Für mich war das so ein bisschen... Ich hatte mir das als meinen Dune-Methadon ausgeguckt. Das ist gar nicht so schlecht. Dune-Methadon. Ich muss aber wirklich sagen, du siehst ja auch so... Ich war ganz überrascht, weil das habe ich nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Hans Zimmer den Score macht. Beziehungsweise die Hans Zimmer GmbH, muss man ja sagen. Ja, genau. Naja, und der Greg Frazier, der hat ja zuletzt auch bei The Batman diese Technik angewandt, dass die... Jetzt muss ich es nicht falsch rum erzählen. Die haben, glaube ich, digital gedreht und dann nochmal auf Film projiziert, um diese Körnung hinzukriegen. Und hier sieht das fast ähnlich aus. Also das sieht halt wirklich wie ein... Nicht wie so ein Digital-Avatar-Film aus, sondern der sieht halt wirklich aus wie ein auf Film gedrehter Film. Das, was der schon mal erwähnte Nolan halt sich immer damit rühmt, dass sein Oppenheimer da irgendwie 18 Kilometer lang ist. Also hier ist wahrscheinlich die Festplatte ein bisschen kleiner, aber sieht halt aus wie ein 18 Kilometer langer Film. Hut ab, der Greg Frazier. Ich bin da immer größerer Fan von dem. Also es ist natürlich immer noch kein Roger Deakins, aber tolle, tolle Bilder. Ich würde mal sagen, dieser Greg Frazier schafft es halt eben, dass die Filme trotz dieser modernen Effekte immer so ein bisschen aussehen, als ob sie in den 70er-Jahren gedreht wurden. Ja, genau. Aber auch diese Kameraeinstellungen, wer dreht dann eigentlich noch so unglaublich tiefe Froschperspektive? Und die ist ja in dem Film super oft, wenn du dann siehst, wie Figuren praktisch aus irgendwelchen, es wird sehr viel in Luken herumgelaufen in den ersten 20, 25 Minuten, wo sie in Luken steigen und dann wieder rauskommen. Und dann ist die Kamera eben mit dabei, wenn sie dann wieder rauskommen aus dem Erdloch und dann siehst du hinter ihnen wie der Himmel, was da für eine Bedrohung immer ist und die Bergketten. Ich meine, saugeil, also bitteschön, was willst du mehr das machen? Sehr wenige. So nah dran zu sein und trotzdem, dass du so in die Ferne mit reingucken kannst, das ist schon echt saugute Arbeit. Ja, ich finde, du siehst so, also klar, wir werden auch über Rogue One wahrscheinlich das mal anreißen und die Verwandtschaft zu den visuellen Gestaltungsmöglichkeiten dort ist ja echt groß. Also bei Rogue One hatte ich so, das ist der einzige Star Wars Film, Andor, die Serie, klammern wir mal aus, wo du ja so ein bisschen das Gefühl hattest, dass das auch so ein bisschen dreckiger ist und nicht so clean und das ist bei The Creator ja auch so. Wenn da mal was explodiert, dann sind da halt auch so, da ist nicht nur digitaler Staub, sondern da sind halt auch wirklich so Gesteinsbrocken, die dann überall rumfliegen und da fliegt halt Dreck rum und das ist einfach so fürs Gefühl her vom Look and Feel finde ich das einfach herausragend, dass man so bei einem Science-Fiction-Film, der ja nun ein bisschen der Realität immer enthoben zu sein scheint, dass man immer noch das Gefühl hat, so man kann das irgendwie anfassen, man kann das greifen und man kann auch irgendwie sich vorstellen, wie das so ist, wenn man dabei wäre und das kriegt The Creator, das kreiert er echt gut, das musste sein. Ich glaube, warte mal kurz, unsere Chronistenpflicht sollte dann auch noch mit dazu sein, wo wir gerade von Explosionen gesprochen haben, es gab ja da so einen kleinen Skandal so im Vorfeld, dass da Footage von dieser großen Explosion in Beirut irgendwie verwendet worden ist für den Trailer, glaube ich, weil ganz, ganz zu Beginn, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, da geht es dann um, glaube ich, eine Nuklearbombe, die dann auf Los Angeles geworfen wird und in dem Zusammenhang kam dann diese Explosion im Trailer mit vor. Ich glaube tatsächlich, die haben sie jetzt in dem Film nicht verwendet, weil ich da heute doch ein bisschen ein Auge drauf geworfen habe. Ich glaube, das haben sie rausgenommen. Also nur für alle, die jetzt irgendwie sagen, boykottiert den Film, weil die sind das Ding. Ja, die haben vielleicht hier einen Fehler gemacht, aber ich glaube, den haben sie auch korrigiert. Ja, vor allem beim Marketing sind, glaube ich, die Filmemacher meistens ja auch eh raus und daher wäre es auch unfair, jetzt zu sagen, boykottiert den Film, weil das Marketing Scheiße gebaut hat. Ja, genau. Was mir auch wieder aufgefallen ist bei Greg Edwards ist halt sein Hang zu diesem asiatischen Flair. Das hattest du ja auch schon bei Rogue One sehr deutlich, bei Godzilla, klar, aber auch schon bei Monster und ich finde, der schafft das ganz gut, dieses, ich nenne es mal, dieses Asiatische so ein bisschen einzuvernehmen und es schon so ein bisschen zu verwestlichen. Mir fällt kein besseres Wort dafür ein, aber irgendwie schafft er es damit so ein bisschen und auch seine eigene Ästhetik zu etablieren, weil du hast absolut recht, Timo, wenn du Rogue One gesehen hast, gibt es bei Creator mehr als eine Einstellung, wo du denkst, da kommt mir bekannt vor, aber es passt echt super, finde ich. Ja, weil er auch, also das böse Wort in der Woken-Geschichte, also in der negativ-Woken-Geschichte ist ja immer kulturelle Aneignung und ich finde, das kann man hier in dem Film wirklich nicht vorwerfen, sondern er zeigt halt mal im Science-Fiction-Genre mal einen Ehrteil, der da, wie ich zumindest wahrnehme, noch nicht so richtig präsent in Hollywood war und deswegen fand ich das schon von der Umsetzung her interessant und war auch gleichzeitig überrascht, wie viel er mir davon zeigt, weil damit hätte ich ehrlich gesagt, ich hatte nur einen Trailer gesehen, weil ich danach sagte, gut, der ist gekauft und ich will gar nicht mehr wissen, bevor mir der Film und die Trailer alles erzählen, was ich nachher im Film sehe und deswegen fand ich das ein Aspekt, der sehr, sehr überraschend für mich war und gleichzeitig sehr, sehr passend und treffend war, ohne dass man da jetzt irgendwie so Transformers 4-Vibes hat, wo man sich so fragt, warum sind wir jetzt in China? Das hat man hier halt überhaupt nicht, hier passt das inhaltlich sich total organisch in die Handlung ein. Ja und vor allem, es ist ja eher dieser tropische Teil, der, keine Ahnung, wahrscheinlich Malaysia, Indonesien, Vietnam und Vietnam ist dann auch. und wie du schon gesagt hast, gerade mit diesem 9-11 und dieser Invasion, das passt schon irgendwie, da gebe ich ja auch recht, da steckt echt, glaube ich, viel mehr drin auf dem zweiten Blick. Ja und ich glaube, dass da auch, also ich meine, ist tatsächlich nur ein Zufall, aber ich habe gestern Heart of Darkness die Doku zu Apocalypse Now geguckt und dann heute dann eben den Film dann zu sehen und natürlich dann auch so ein bisschen diese Vietnam, also es hat, es hat schon tatsächlich sehr starke Apocalypse Now Vibes hier und da, weil auch die Musik eben dann oft auf so 70s gemischt mit ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist das asiatische Folklore gewesen? Ich glaube tatsächlich, dass das so diese, diese 70s Zeit, 70s Rock Musik war, die dann auch psychotelisch zu dem, zu dem Also das eine war Radiohead, das kann ich nicht Ja ja, Radiohead habe ich gekannt, da bin ich natürlich, da bin ich immer dabei, aber vor allem dann, ich glaube es war dann so in der zweiten Hälfte, wo es dann doch mehr in so, in diese kriegerischen Auseinandersetzungen kam, als die ja, Amerika dann mehr aufs Festland zum Angriff überging, da hatte man dann doch immer so, ich weiß aber nicht, was das für Bands waren, die man dann gehört hat, ob sie nur angelehnt waren an Led Zeppelin und Freunde. Ich finde, also der ganze Soundtrack ist ähnlich halt wie bei Demil dann auch, es wirkt so ein bisschen, als ob es die 70er sind, aber man hat es halt eben auf heute übertragen und ja gut, das macht man öfters bei Musik, das ist jetzt nichts Neues, aber fand das auch sehr passend, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich bin halt kein Scoreguide, das heißt, die Musik fällt mir meistens nicht auf, aber aber in dem Fall hat es ja halt mehr oder weniger eine zusätzliche Farbe mit dazugegeben, dass der halt Ja, also es bringt halt die Gänze, also das ist schon, das macht den Film halt echt komplett, aber meistens ist es echt so bei mir, dass ich dir nicht sagen kann, welche Musik zu welcher Szene Ja gut, soweit bin ich jetzt auch, aber der Flair ist halt der gleiche gewesen. Da würde ich auch noch einen Satz zu sagen oder einen Gedanken zu äußern, das ist mir bei dem Film auch wirklich, die Musik, also die Soundtrack-Beiträge sind mir aufgefallen, der Score selber, ich sagte ja schon, Hans Zimmer, ist mir jetzt, ich kann mich an nichts erinnern und das ist bei Hans Zimmer ja immer ein Zeichen für, okay, das ist so wie Max richtig sagt, das ist dann die Hans Zimmer GmbH, die da wahrscheinlich was produziert hat, denn das war so eine von wenigen Sachen, die mich auf nicht inhaltlicher Ebene nicht so ganz gekriegt haben, da hätte ich schon ein bisschen was epischeres erwartet, aber die Songauswahl selber, was ich immer in so einem Science-Fiction-Setting spannend finde, wie man das da einbettet, das passte ganz gut. Ja, wobei Sounddesign dann mehr oder weniger das, was halt beim Score verloren geht, oder Sounddesign halt rausgeholt, weil, leck mich am Arsch, also die Rosette ist schon ganz schön gebummert an der einen oder anderen Stelle. Wo hast du denn eine Rosette? Naja, die sitzt auf dem Kinosessel hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich eingepackt. Also ich habe sie tatsächlich nicht gen Himmel gerichtet, mache ich relativ selten. Nimm das, du Kreator. Schau in das Auge des Todes. So. Das ist die dunkle Seite des Mondes. Ähm, was ich auch noch gerne, was ich auch noch gerne ansprechen würde, ist einfach das Design dieser Welt. Also das Worldbuilding, finde ich, ist fantastisch, aber auch, wie die Roboter aussehen. Es gibt, ähm, so kleine, was ist das kleine, aber es gibt so Suizidroboter zum Beispiel, so Fassbomben, die laufen, das ist, das klingt erstmal total albern und sie sehen auch ein bisschen kluppig aus. Wieso haben die Dumpdienst? Aber trotzdem, ja, aber irgendwie funktioniert das trotzdem. Der ganze Film ist voll davon. Also dieses Roboter-Design ist zu gleichen Teilen irgendwie fast schon ein bisschen altmodisch, aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass ich immer erkennen konnte, wie die Evolution war, wo es angefangen hat. Du konntest relativ gut sehen, was sind alte Roboter, was sind neue Roboter, und diese ganze Welt, die da erschaffen wurde, wie gesagt, das beginnt ja mit diesem Werbespot, der ja quasi die letzten, ja, 100 Dekaden quasi so im Schnellleuchlauf zeigt, das fand ich so effektiv und ich glaube, ich hätte auch einfach nur sechs Stunden da sitzen können, einfach nur diese Welt angucken können. Ich fand die faszinierend und schön. Warte mal, wie viel Zeit war da eigentlich jetzt so, die für uns verschlossen blieb? Das müssten dann so zwei Jahrzehnte oder sowas in der Art gewesen sein. Er beginnt glaube ich 2065 oder sowas, oder? Mit der eigentlichen Genau, 2065 fängt es an und dieser Werbespot würde ich schätzen, da ist die erste Szene so 1950 und 1960. Okay, gut. Deswegen glaube ich auch, dass es jetzt nicht eine unsere Welt sein soll, sondern eher so eine alternative Variante, würde ich mal. Auf jeden Fall glaubhaft, das muss man dann immer mit dazu sagen. Und normale, ja ich meine, jetzt wird ja auch immer von der Evolution der Roboter gesprochen, also von dem her ist das auch ja legitim und auch gut umgesetzt. Ja. Lass mal über Action reden. Bam, bam, bam. Ja, genau. Bam, 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 bam. Denn nur ein toter Roboter ist ein guter Roboter. Ich fand die Action, also ich war, nee anders gesagt, ich war überrascht, wie viel Action es gab. Sie war sehr präsent. Und einige in meiner Umgebung, die in den Filmen geguckt haben, fanden ihn zu actionorientiert, zu actionlastig, fand ich jetzt nicht. Ich fand, dass er die Action meistens, also eigentlich immer, sehr gut eingesetzt hat. Also mir wurde nie langweilig, um es mal so auszudrücken. Aber ich fand, dass die Action niemals überhand genommen hat, niemals den eigentlichen Kern überfrachtet hat. Und von daher glaube ich, dass die Creator durchaus auch für Action-Fan interessant sein könnte. Außer natürlich, er erwartet jetzt ein Extraction 2 oder ein Mission Possible Dead Reckoning Teil 1. Das ist es nicht. Aber ich war dann insgesamt mit der Action noch schon sehr zufrieden. Timo, weißt du, den Max muss ich da gar nicht erst fragen, weil mit Action ist der, kannst du das vergessen. Das bringt, besser dich. Wissen wir spätestens seit Taylor 70, dass Max ja sehr traurig ist. Ich, gerade weil der Film für mich überraschend viel von einem, zumindest ab dem gewissen Teil von einem Kriegsfilm hat, fand ich das auch schon sehr überraschend, wie viel Action hier drin steckt. Und die Action, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, die ist immer griffig inszeniert. Also auch wenn das ein Science-Fiction-Setting ist, hast du immer das Gefühl, du kannst irgendwie das haptisch wahrnehmen, wo das Schlachtfeld oder wo der Konflikt, die Auseinandersetzung gerade stattfindet. Und ja, wir kommen ja später wahrscheinlich noch dahin zu, wo ich ein bisschen mäkliger und kritischer bin als ihr beide. Du bist auch generell relativ investiert in den Action-Szenen. Das heißt, du machst dir schon in Anführungsstrichen Sorgen um die Figuren, was mit ihnen passiert, vor allem natürlich mit der Hauptfigur Joshua, also John David Washington. Aber Action, aus Action-Gesichtspunkten definitiv auch für Action-Fans, die so ein bisschen auf anspruchsvollere Action stehen und jetzt nicht nur irgendwie denken, so geil, da ist ein One-Take und das ist irgendwie ohne Schnitt gemacht worden und das ist eine geile Explosion, ist das schon relativ State-of-the-Art. Vor allen Dingen, ich hab mich an einigen Stellen einfach so, was das Visuelle angeht, was auch das Setting angeht, ganz viel an Avatar, vor allen Dingen an den zweiten Avatar erinnert gefühlt und im Vergleich dazu hast du halt nicht irgendwie das Gefühl, du spielst das Computerspiel The Creator, sondern guckst den Film The Creator und den Action-Science-Fiction Film The Creator und das mochte ich sehr gerne. Tatsächlich. Ich hab die Action so ein bisschen von ihrer Direktheit und Schroffheit ein bisschen an Children of Man erinnert. Oh! Bisschen hochpoliert, aber so ein bisschen in die Richtung. Natürlich jetzt ohne die One-Takes und eine Frage an euch, ich sehe gerade, die FSK hat ihn schon bewertet und er hat einen FSK 12 bekommen und ich finde es schwierig. Ja, also es gibt ja auch eine Szene, vor allem bei der ich mir die Frage gestellt habe, oh, da wird schon relativ viel geschossen und das ist die eine Sache und dann wird aber nicht voll drauf gehalten. Da dachte ich schon, ja, okay, dann wird es wahrscheinlich bei uns ein FSK 12. Aber dann werden so die Toten so aus der Ferne gezeigt und das ist schon sehr, sehr blutig. Also das erwarte ich oder hätte ich jetzt nicht erwartet von einem PG-13-Film. Ich bin überrascht. Und es wird ja auch gefoltert. Also das feiern jetzt keine Menschen, aber ich finde, dass der Film relativ klar macht, dass auch Roboter Gefühle haben und deswegen, also ich finde, FSK 12, das kann man machen, das ist vertretbar. Ich denke mir halt immer nur die ganze Zeit so, du kannst da mit einem Sechsjährigen reingehen. Aber das ist schon schwierig. Ja, ich denke mir dann tatsächlich, kannst du überhaupt diesen Film unter 16 überhaupt schon in seiner vollen Gänze irgendwie genießen? Sagen die drei alten Männer. Naja, also ich denke mir dann schon, das ist ja jetzt kein, kein, kein Hau-drauf-Chuck-Norris-Action-Bumms-Kommando, sondern irgendwas. Es gibt ja schon so auch ein, zwei Sterbende, die, oder wo da auch geschlagen wird und die Schläge sind schon, ja, ja, deswegen sage ich, also in Prinzip, schon matschig auch, ne? Also wenn ich da als 14-Jähriger drin gewesen wäre, dann, keine Ahnung, hätte mich der Film vielleicht sogar ein bisschen gelangweilt, weil es so eine gewisse, weiß nicht, der Film ist halt einfach zu erwachsen für, für einen 13, 14-Jährigen, der jetzt ein bisschen Action sehen will. Glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, das, was du meinte, also ich würde das wirklich unterstreichen, weil so erstmal ist der Stoff ja nicht gerade unharter Tobak, so mit dem, mit dem Kriegssetting und mit dem Setting, dass dann dann auch ein, ja, irgendwann ein kleines Kind mit auf die Bildfläche kommt und da wirklich, da ist eine Rohheit drin, die man schon mit zwölf Jahren, weil ich weiß nicht, wie das ein Zwölfjähriger verdaut, weil mein Zwölfjahre sein ist schon lange her, das zwölfjährige Ich hätte sich abgefeiert dafür, dass der Film ab zwölf ins Kino kommt. Das muss ich allerdings auch gestehen. Ja, ich auch, ja. Der hätte gesagt, Strike, da kann ich rein. Yes. Ja gut, aber das ist dann schon eine Reizüberflutung, glaube ich, dann eher der Chef im Ring. Ja, aber das macht ja der heutigen Generation wenig aus, Max. Das muss ich jetzt sehen. Ich glaube, dass der Film für viele Leute wahrscheinlich eher zu ruhig ist, ganz ehrlich. Wobei, ich sagen muss heute, also viele, das Münchner Film, wie sagt man, Filmkritiker, Publikum, ist ja gehobeneres Alter, also da bin ich eher so im Mittelfeld drin und sehr, sehr viele Leute, glaube ich. Deswegen gibt es nur so Echte zugesteckt. Aber immer. Gott, jetzt, einmal habe ich einen vernünftigen Gedanken gefasst und dann bin ich rausgekommen. Dann kleifen Sie ihm in die Backe. Da ist der Rauscher wieder. Der Racker. Und dann so mit dem Daumen, mit der Zunge über den Daumen geleckt und mir noch ein bisschen die Schnotte, die Zahnpasta aus dem Mundwinkel raus. Nee. Groß ist er geworden. Bei Heinz Römer war es besser. Er ist wirklich groß geworden. Auf jeden Fall. haben die ja auch immer Gespräche nachher mit den Presseleuten. Und was ich so mitbekommen habe, die hatten tatsächlich sehr oft das Wort visuelle Überforderung im Mund heute. Also die haben sich dann doch ein bisschen erschlagen gefühlt. Und ich saß oder ich stand dann daneben und habe gedacht, hm, also das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass der zu, der ist, ich bin von Persönlichkeit Sophie Grimm zum Beispiel visuell erschlagen worden. Da wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Bei dem Film, wie es Timo schon gesagt hat, bei dem Film wusste ich eigentlich immer, wo ich bin. Egal, wie viel es gescheppert hat von dem her. Das ist auch die große Stärke und Kunst, dass der das schafft. Also das, ich würde das auch, es mag wirklich an den Sehgewohnheiten liegen, dass man in unserem Alter sagt, so, dass es nicht visuelle Reizüberflutung finde ich nämlich wirklich nicht. Ich finde, der hat eine gute Übersichtlichkeit, der hat, also da, also findet, das ist jetzt ja nicht Across the Spider-Verse, wo du irgendwie alle zwei Sekunden mit irgendeinem neuen Bild konfrontiert wirst, sondern du hast immer, du weißt immer klar, so, das ist der Handlungsort X und hier wird das eingeführt und das ist ja auch kein Schnittgewitter und so. Da will ich den Kollegen aus München mal widersprechen. Und da kommt auch noch eine Sache dazu, die mir auch sehr gut gefallen hat, auch wieder kameramäßig, der Film, der traut sich auch ganz große Totalen irgendwie zu zeigen, ohne dass es irgendwie billig wirkt oder so. Es kommen da Szenen vor, in der sehr großes Gerät entweder auf dem Himmel oder durch die Wälder durchprescht und da werden dann schöne Totalen gezeigt, um dir halt eben dieses Enorme auch mal zu zeigen und das liebe ich. Was ich auch geliebt habe, wenn wir gerade um das Thema sind, geliebt, der traut sich sogar ein, zwei Mal so richtig schöne, billige Gags zu bringen, um es mal so zu sagen. Es gibt zwei Tier-Szenen in dem Film und beide sind ein bisschen albern, aber ich mochte beide. Aber die sind nicht blöd, die sind albern, ja, das stimmt. Und die sind beide irgendwie und vor allem das Schöne ist, als Tierliebhaber, so wie ich albern bin, bist du immer glücklich, dass die Tiere überleben. Ja, ich kaufe mir jetzt auch einen Hund. No, ich einen Affen. Stimmt, den Affen hätte ich fast vergessen. Okay, gerade eben wurde der Name Chuck Norris erwähnt. Also lass uns mal über John David Washington reden. Okay, gut. Schöne Überleitung hast du heute gesagt. Ja, Hauptdarsteller. Dankeschön, gern geschehen. John David Washington fielen bekannt aus Tenet oder Malcolm & Marie, der Sohn von Denzel Washington. Und nach meiner Pressevorstellung meinten einige Leute, boah, dass sie den echt lustlos und schwach fanden. Und da kann ich nur sagen, nee, ich fand ihn richtig toll. Ihn als Figur oder was? Ja, als Joshua. Also es ist eine relativ zweckmäßige Figur. Auch eine Figur, wo ich auch ganz klar sage, es ist so typisch, du weißt nach ungefähr fünf Minuten, wohin die Reise auch geht. Hat mich aber nicht gestört. Und ich glaube, dass er von seinem Vater einiges gelernt hat. Und ich glaube auch, dass John David Washington, wenn er so weitermacht, könnte der vielleicht eines Tages mein neuer Denzel sein. Denn sein Vater wird nun mal nicht jünger. Ich halte ihn in diesem Film für richtig, richtig gut. Ihr dürft mir jetzt gerne widersprechen, wenn ihr ein Herz aus Stein habt oder könnt ihr mir recht geben. Willst du zuerst, Max? Also ich schiebe schon vorne weg. Ich mag John David Washington auch. Aber mach du mal erst mal. Ja, also tatsächlich, das ist so, wahrscheinlich stecke ich dann irgendwo in der Mitte zwischen euch zwei. Er ist mir jetzt nicht wirklich, also sagen wir es mal so, ich sehe ihn super gern auf der Leinwand. Ich glaube, dass es andere Filme gab, in denen er ein bisschen mehr spielerisch gefordert war als jetzt in dem. Aber was man halt sagen muss, er trägt halt den Film echt ganz gut durch die, keine Ahnung, zwei Stunden, die er dann sich zieht. Weil er baut auch eine gute, glaubwürdige Beziehung zu seiner Umwelt irgendwie auf. und ich finde, gut, Hallo Blümchen, ich bin es, der John David. Ich finde jetzt, dass er ja, seinen Job so gemacht hat, dass, Gott, das klingt, na warte mal, das schneiden wir raus, das ist ja Schwachsinn. Was lassen wir alles drin? Ich habe ihm, ich habe ihm einfach alles abgekauft, was er da durchlebt hat. Und, ähm, dass der da jetzt keine großen Kapriolen irgendwie machen musste und kein Colonel Kurz, Kurz, war, oder irgendwas, das stand halt auch nicht im Drehbuch, ne? Also von dem her, warum sollt er es machen? Also, ich hatte er vorweggeschickt, ich mochte John David Washington, ich mag ihn seit Ballers und für den ganz tollen Schauspieler. und nach Tenet habe ich schon gesagt, für mich ist das nicht mehr der John von, von David Washington, das ist für mich John David Washington. With that being said, ist für mich die Performance hier, von dem, was ich von ihm bisher gesehen habe und ich habe sicherlich nicht alles von ihm gesehen, ist jetzt nicht die, die mich komplett, oh nee, ich sage es jetzt nicht mit dem abgeholt, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Emotionalität so mich so mitgerissen hat. Also der, der spielt eine, eine wirklich aus verschiedenen, Versatzstücken des Genres zusammenge, ja, zusammengeklaufe ich nicht, aber zusammengestellte Figur. Melanchiert. Das macht er auch gut. Melanchiert ist schön, gemischt, wie ein guter, wie ein guter, wie eine gute Wiener Melange. Eine, eine Melange Washington sozusagen. Das macht er schon ganz gut, aber so ein Ticken war es mir zu wenig. Also es hat mich, äh, jetzt nicht komplett kalt gelassen, aber gerade in den emotionalen Szenen des Films hat er mich nicht so ganz gekriegt und das ist das, was so neben anderen kleineren Kritikpunkten und auch vielleicht ein, zwei größeren Kritikpunkten vielleicht mich am meisten jetzt nicht enttäuscht hat, aber ich hätte das wirklich, hätte gesetzt so, also John D. Washington ist dabei, ich bin an Bord und der macht das schon und das war gut, aber es war nicht so, dass ich sagen würde, boah, nach dem Film ist er jetzt nochmal für mich drei Schritte nach oben gewandert, sondern es ist, er bleibt auf einem guten Niveau, er hätte aber hier für mich ein bisschen mehr noch zeigen können von seiner durchaus hoffentlich vorhandenen Doppelpass. Ja, ich weiß halt immer, bei solchen Geschichten, das ist eben so die Frage, ob, ob das jetzt eine Drehbuchschwäche ist oder ob, also Schauspielschwäche will ich jetzt gar nicht sagen, weil ich meine, wir wissen, dass wenn man es von ihm verlangen würde, dass es dann könnte, dann ist es halt eher entweder eine Regieschwäche oder eine Drehbuchschwäche, wenn du da halt Emotionalität ein bisschen auf verlorenem Posten siehst. Also für mich hat es halt sehr gut geschafft, diese Ohnmacht dieser Figur zu transportieren. Also ich habe ihm jedes Mal abgekauft, warum er das tut, was er tut und das hat mich, also ich fand, das ist, um es mit Startkurs zu sagen, das ist kein Shakespeare, ja, aber ich finde, es hat unglaublich gut funktioniert. Ich habe ihm gerne zugesehen und gerade, wenn ich halt bedenke, wie visuell stark dieser Film ist, wäre es ganz einfach gewesen, dass er halt in dieser Visualität untergehen. Das hat er, zumindest bei mir, war er immer sehr präsent. Übrigens auch, wie sein Co-Star Madeline Yuna Wojels, die jetzt hier zum ersten Mal in einem Film zu sehen ist. Wie alt ist die eigentlich? Weiß man das? Alfie, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall unter 20. Ich glaube, das ist klar. Sehr jung, glaube ich. Ich würde schätzen, die ist maximal, allerhöchstens 11 oder 12. Okay. Kommt aber auch aus so einer Schauspieler, also ihre Schwester ist auch Schauspielerin, also das scheint so eine, wie heißt sie doch, Dakota Fanning. die Fannings. Da auch wieder mehrere spielen wollen. Genau, die Fannings. Die Fannings sind zurück. Ich finde übrigens eine Sache auch ganz stark an dem Film und zwar, dass er eines Films ist, der mit John David Washington und Gemma Chen und Alison Jenny durchaus bekannte Gesichter und vielleicht auch Namen hat, aber es ist kein Film, der jetzt wirklich mit großen, prominenten Namen auffährt und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube nämlich, wenn das so ein, ja so ein Nolan-Ding wäre, so wir haben selbst Gary Oldman in einer Rolle für 10 Sekunden gewonnen. Ich glaube, das hätte den Film gut getan. Ich finde es ganz gut, dass der Film auf gute Schauspieler, aber nicht auf große Namen vertraut. Aber es ist lustig, dass wir zum dritten Mal so eine Nolan-Parallele haben, weil diese, das, was Nolan ja mittlerweile schafft, also da steht auf dem Poster nicht Robert Downey Jr. oder Robert Pattinson groß, sondern da steht vom Regisseur von Inception und The Dark Knight. Bei The Creator steht oben drüber vom Regisseur von Rogue One. Also das ist halt auch schon, lustigerweise beide auch aus Großbritannien stammend. Also da sind schon diverse Parallelen, bloß das, und das ist wieder ein positiver Effekt oder ein positiver Aspekt vielmehr an Gareth Edwards. Also ich habe jetzt das Marketing und die PR nicht so verfolgt, weil ich wirklich versucht habe, möglichst unbefleckt in diesen Film zu gehen. Aber ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, wie bei Oppenheimer, dass ich erst mal 50.000 technische Aspekte so um die Ohren geschlagen bekam und wie geil das alles ist. Und guck mal, wir haben das alles analog gedreht und guck das bitte in IMAX 70 Millimeter und in den drei Kinosälen auf dem Erdball, die es überhaupt gibt. Hier, das ist alles auch gekleckert und nicht geklotzt. Oder andersrum, geklotzt, nicht gekleckert. So, Romaini. Schneid das bitte raus. Nein. Es ist halt auf der technischen Seite, herausragend, aber niemand steht dahinter und sagt, guck mal, wie geil das ist, sondern es ist einfach gemacht. Also es ist einfach, so wie das ist, ist das wirklich audiovisuell herausragend produziert. Es gibt die einen, die sagen, guck mal, ich kann die Piorette, guck mal, ich kann die Piorette. Und es gibt die anderen, die machen die Piorette. Genau. Ich weiß nicht, ob es der falsche Begriff ist, aber pragmatisch trifft es halt da echt irgendwo dann auch gut. Pragmatisch, aber im Sinn von, die machen ihre Arbeit und danach gehen sie eben heim und wissen, dass sie gute Arbeit gemacht haben. Und so nach dem Motto, das werden die Zuschauenden dann schon mit schnallen. Also das kapiert jeder, was da irgendwie dahinter ist, glaube ich. Folgendes, wir haben jetzt knapp 40 Minuten über diesen Film geredet und ich habe noch ein paar Sachen auf der Uhr, aber ich glaube, dass es besser wäre für unsere Zuhörerschaft, wenn wir das in einem Spoiler-Part machen. Da ich jetzt aber niemanden dazu zwingen möchte, das alles zu hören bis zu unserem Fazit, würde ich euch jetzt vorschlagen, dass wir unser Fazit jetzt machen und dann einen Spoiler-Part machen. Ist das okay für euch? Gerne. Ja, ich glaube, ich muss beim Fazit ein bisschen ausholen, warum ich wahrscheinlich von uns dreien der negativste in großen Tüttelchen bin, aber das machen lassen. Also du kannst auch gerne, wenn du das ohne Spoiler schaffst, noch gerne vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt niederlegen, also niederlegen, falsch über da legen, wenn du willst. Ich versuch's mal. Also ich hab schon gesagt, auf der emotionalen Ebene hat mich der Film nicht so sehr gepackt, wie ich's mir erhofft habe und das liegt nicht nur, aber auch an der inhaltlichen Ebene, weil hier, das muss man ehrlicherweise sagen, erzählerisch, also ich glaube, der Film weiß auch genau, dass er jetzt kein Twist-Feuerwerk ist oder irgendwie da große Erwartungshaltungen unterwandert oder sonstiges, aber ich finde gerade auf der inhaltlichen Ebene hat er mich ein bisschen unterfordert und ein bisschen weniger begeistert als auf der audiovisuellen Ebene und das, ich weiß gar nicht, manchmal gibt es ja dieses Moment, wo du denkst, ich glaube, ich brauche nochmal eine zweite Sichtung, weil ich inhaltlich zu viel erwartet habe und mich nicht ganz darauf einlassen konnte. Eventuell ist das hier bei The Creator so. Also ich bin aus dem Kino gegangen und war jetzt nicht komplett enttäuscht, aber dadurch, dass ich ja gesagt habe, dass das mein Dune zwei Methadon sein sollte, war zumindest das spürbar, dass es nur Methadon war. Aber ich glaube, für den Rest brauche ich tatsächlich den Spoiler-Teil. Ja, was ich halt vielleicht auch sagen kann, ich würde ihn mir jetzt auch gerne nochmal angucken, weil wir alle haben ihn ja in der UV gesehen und wir alle sind des Englischen einigermaßen mächtig, aber ich glaube, im Englischen kann es durchaus sein, zumindest bei mir, dass ich irgendwas vielleicht missverstanden habe oder vielleicht irgendwas nicht schnell genug begriffen habe, um es mal so auszudrücken. Ich bin halt doof wie Scheiße, ich kann es ja einfach sagen. Deswegen bin ich auf die Zwei-Sichtung gespannt, weil ich glaube, dass es mir vielleicht dann ein paar Sachen mehr hin ergeben, ist jetzt auch falsch gesagt, aber ich glaube einfach, das ist ein sehr inhaltsreicher Film. Es wird dann viel auch geredet und auch viel erklärt und das ist teilweise, zumindest für mich auf Englisch, manchmal ein bisschen hakelig gewesen. Ich wollte dazu stimmen, mir ein bisschen eben auch diese Innovation irgendwie gefehlt in der Story, weil du hast tatsächlich, wenn ich mal so klassische drei, vier Situationen, in denen irgendwelche Reveals sind oder Twists, wie man es auch immer nennen mag und die hat man eigentlich schon, keine Ahnung, 15 Meter gegen den Wind riechen können, dass die kommen in der Art und Weise und was dann eben noch mit dazukommt, ist dadurch, dass der Film so eine zwischen den Zeilen zu lesende politische Dimension hat, hätte man da unter Umständen auch ja, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, man hätte trauen können, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen komplexer noch zu sein, im Großen und Ganzen ja, ist das wahrscheinlich dann auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Also ich muss sagen, also er ist vorhersehbar, gebe ich euch, aber mich hat es halt gar nicht gestört. Also ich weiß, was Timo meinte, da gibt es so ein paar Sachen, die werden vom Film so ein bisschen aufgebraucht, statt dem Motto, ja, ja, der ist wohl der Mörder, um es mal mit ein bisschen so Hudan und mehr sich zu machen, ist es vielleicht doch dieser komische Typ hier. Der mit dem Schild, wo drauf steht Mörder. Genau. Aber es hat mich halt wie gesagt nicht gestört. Gut, also machen wir jetzt ein kleines Fazit hier. Und dann ein Spoiler-Part. Max, mach doch mal einen Anfang. Ja, ich glaube ganz kurz, wenn man die Sachen von uns alle zusammenfasst, ist das auch dann auch meine Meinung. Visuell stark, 12 von 10, Sounddesign ist 12 von 10. Das ist alles echt bombig für den Preis. Unglaublich gut umgesetzt. Und vielleicht, wenn man was bemerkern will, ein bisschen in der Story und vielleicht, wenn man zu, ein bisschen zu, 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 oh Gott, jetzt, ich darf nichts Falsches sagen. Schaut ihn euch an. Ja, definitiv was fürs Kino. Sollte man auf der größtmöglichen Leinwand gucken, weil es teilweise wirklich brauschende Bilder sind, ohne dass es sich so darin verliert. Oder so a la Avatar 2, wir gehen jetzt mal dreiviertel Stunde unter Wasser und zeigen quasi Pandora, die Fake-Doku. also das ist, der suhlt sich nicht in seinem technischen, in seiner technischen und audiovisuellen Finesse, sondern die ist immer noch zweckmäßig und pragmatisch und deswegen auf der, der formalen Ebene herausragender Film. Genau wie bei Max ist bei mir das inhaltliche, das vielleicht eigentliche Problem. Und ich fürchte, also ich weiß zum Beispiel bei Dead Reckoning Part 1 war ich das Problem, weil meine Erwartungshaltung zu groß war. hier muss ich ehrlich aber sagen, sie war gar nicht so allzu groß, aber selbst die wurde inhaltlich noch so ein bisschen unterwandert und das war für mich etwas unterwältigend, wie man so neudeutsch sagt. Deswegen nochmal visuell herausragend, dafür auf jeden Fall ins Kino, inhaltlich erwartet jetzt nicht das größte, innovativste ihr erzählerische. Deswegen seid da ein bisschen, seid mit dem zufrieden, was ihr kriegt. Ja, ich kann mich meinen Vorräten anschließen, außer dass bei mir die Gewichtung, glaube ich, ein bisschen anders liegt. Also dass er nicht so innovativ ist, hat mich nicht gestört und ich sag's wie es ist, ich glaube für mich ist es der, einer der besten Blockbuster des Jahres. Also ich würde ihn schon als Blockbuster ansehen, auch wenn er nur ein Drittel von, was ich von den letzten Marvel-Filmen gekostet hat. Aber er sieht halt wirklich aus, als ob er 300 Millionen kostet. Und ich bin sehr dankbar, den er im Kino gesehen zu haben und werde versuchen, ihn nochmal zu sehen und von mir eine ganz klare Empfehlung für The Creator. Und hiermit sei jetzt eine Warnung ausgesprochen, denn jetzt spoilern wir Ja, wo fangen wir an? Also ich würde gerne über eine Spüche Szene reden, die ich so toll fand, wo ich nur dachte, die ist mir zu kurz. Das hätten sie gerne nochmal bringen können, aber es gab eine Szene, die fand ich ganz fantastisch und sie hat was mit dem Sterben zu tun. Ja, sag mal, also ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst. Es gibt einen Moment, wo ein Mitsoldat oder ein Mitkollege von der Figur von John David Washington stirbt und er liegt dann da und dann kommt halt diese Alison Jenny, nennen sie mal die Generälen vorbei und scannt die in Erinnerung der Leiche und transformiert oder transferiert diese Erinnerung in einen zuvor ausgeschaltenen Roboter. Und ich fand das von der Idee saustark und auch wie dieser Roboter reagiert, als plötzlich der Geist des Menschen quasi registriert, ich liege gerade neben meinem Toten Ich und ich habe nur noch 30 Sekunden. Das fand ich eine großartige Szene. Ein Flatliners-Effekt sozusagen. Januar gut. Du hast noch 30 Sekunden, um dich von allen zu verabschieden. Ja. Ja, also ich bin 50 Prozent bei dir. Ich fand halt wieder auf der inhaltlichen Ebene und jetzt kann ich ja auch ein bisschen offener reden, ich fand gerade den zweiten Akt des Films, der hatte für mich einige Hänger und Längen und das hing unter anderem an solchen Dingen zusammen. Da wird halt kurz etwas gezeigt, was die moderne Technik, also wo auch wirklich, wo man merkt so, der Mensch nutzt dann diese Technik, die er ja nicht selber sich, also sich natürlich überlegt hat, wie ich das mache, aber das ist ja nun einfach Menschen nicht möglich ohne technische Hilfsmittel dieses, ich hole den Menschen nochmal zurück mit seinen letzten Erinnerungen. Aber gleichzeitig ist es dann ja immer so inhaltlich, das ist ja diese Jagd nach dem Schnitzel, also nach John Devin Washington und der, ja, dem Kind, die dann Alfie irgendwann getauft wird. Also deswegen, ich fand das von dem Moment her stark. Mein Problem ist allerdings, dass so, also ich hatte so, als diese Szene losging, als Alice und Janie da auch so ein bisschen was von sich erzählt, da dachte ich schon so, okay, der Film kriegt das vielleicht hin, dass so die Soldaten nicht wie bei Avatar einfach nur so coole Kackstiefel sind und auch nicht so Aliens, also Alien 2, auch James Cameron, nicht einfach nur so obercoole Macker sind und Mackerinnen, da sind ja auch Frauen dabei, bei James Cameron sind ja immer Frauen dabei, haha, aber dann hat er für mich nicht so ganz die Kurve bekommen, weil er dann zu schnell was erzählen will und zu schnell irgendwie die Leute auch in die Mission treibt, deswegen, ich hab so bei den Soldaten nicht das große Mitfiebern gehabt, das liegt einerseits natürlich auch daran, dass es dann inhaltlich irgendwann ziemlich klar ist, wo die eigentlichen Sympathien sein sollten auf Publikumsebene, aber andererseits auch tatsächlich daran, dass die so alle so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, die hatten für mich mit Ausnahme von Elson Janie zu wenig Fleisch, um da mitfiebern zu können, deswegen, ich geb dir den Punkt, die Szene ist wirklich interessant und ist emotional auf jeden Fall auffühlend, aber sie hätte für mich noch mehr eine andere Figur gebraucht, der Figur noch ein bisschen tiefer. Ja, zum Beispiel. Wahrscheinlich, also das, ich mein, tatsächlich, also ich finde, bloß ganz kurz, ich finde, so diese Idee finde ich super und auch dieser Schrecken, der da in den Augen des Schauspielers dann drin ist, den konnte man schon echt gut fühlen, diese Verwirrung und dieses, fuck, meine Frau, sag meiner Frau Bescheid und bla 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 bla, aber ich meine dadurch, dass du eben mit der eigentlichen Figur vorher so gut wie nichts am Hut hattest, ist es eben immer so ein, ja, Hit and Miss, ich bin ganz froh, dass die Szene drin ist, weil sie einfach gut ist und weil sie, weil sie so gutes, ja, wie sagt man, das ist so ein kleines, kleines Detail, das den Film einfach ein bisschen erlebbarer macht, sag ich jetzt mal, aber so an sich vielleicht auch ein bisschen verschenkt, das ist immer so ein, so ein schmaler Grat, finde ich. Nee, also tatsächlich hat sie bei mir echt perfekt gewirkt, weil eben dieser Typ halt vorher auch so ein bisschen mit seinem Leben gekämpft hat, klar, die Soldaten und Abziehfiguren, aber das ist halt für mich einfach, es sind funktionelle Figuren, die gehen nicht in die Tiefe, das sollen sie auch gar nicht, ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass sie vielleicht dann ein bisschen zu sehr vom Kern abgelenkt hätten, der Kern der Geschichte ist ja wie gesagt dann eher die Beziehung von Joshua und Elfie, beziehungsweise diesem ganzen Worldbuilding, von daher kann ich bei mir nicht behaupten, dass der Film, dass ich da irgendwie finde, dass der in der zweiten Hälfte Schwäche hatte, ich finde, dass der ziemlich aus einem Guss bei mir ankam. Ich bin auch relativ froh drüber, dass recht plakativ dann oder relativ einfach eben im Dialog von Ken Batanabe gesagt wurde, dass der Nuklearanschlag auf Los Angeles eigentlich eine vom Menschen ja fehlkodierte Ursache hat und nicht von der KI bewusst gesteuert wurde und dass die KI eigentlich in Frieden leben will, weil ich dann für mich selber im Kinosaal so den Frieden mit mir schloss, okay, jetzt kann ich mich tatsächlich auf eine Seite schlagen. Weißt du, vorher ist man immer in so einem Schwebezustand gewesen, dass wir waren eben auch diese, 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 ich nenne es jetzt mal US-Machenschaften und wie man eben auch die Welt dann aufteilt in Gut und Böse. Das war mir schon fast zu plakativ und ich hatte immer ein bisschen Angst, oh bitte Film, verkackt das nicht. Verkackt das nicht, dass du dann irgendwie so am Ende noch so einen Patriotenschwengel irgendwie drin hast und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, Ken Batanabe hat es gerade ausgesprochen, jetzt weiß ich zu wem ich halten kann und jetzt weiß ich auch, welche moralische Hoheit der Film verfolgt und ja, das war dann in Ordnung. Ich habe mir allerdings die Frage gestellt und da bin ich bei Stu, weil er auch meint, dass du wirst ja nochmal gerne in der Synchro-Fassung gucken. Ich hatte es nämlich von Anfang an eigentlich so verstanden, dass das so eine Art, ja auch wieder da so ein Reminiszenz vielleicht an Matrix, wo ja auch dann die Idee war, wir verdunkeln den Himmel, dann haben die Maschinen keine Solarenergie mehr, das heißt den Schlag ausgeführt zu haben, dass die Oberfläche der Welt nicht mehr betretbar ist, das waren ja die Menschen und ich hatte es auch so verstanden, dass dieser Los Angeles-Nuklearschlag von den Menschen ausgeführt wurde, um da irgendwelche KI-Standorte zu destabilisieren. Aber das kann auch wie gesagt in meinem schlechten Englisch zum Opfer gefallen sein. Ne, das war schon so erklärt, dass es wirklich so ein Anschlag von der KI war. Ich glaube, wie war es dann im, bloß, dann können wir uns da jetzt gleich unterhalten und dann war es so, dass die westliche Welt sich da geeinigt hat, okay, wir verbannen KI komplett aus unserem Leben und die asiatische Hälfte hat dann gesagt, nö, wir behalten KI. Und wir bieten praktisch den Terroristen Unterschlupf. Mein Hund hat mich gebissen, ich will jetzt alle ihre Hunde abgeben. So ein bisschen nach dem Motto, ja. Also ich fand die Ausgangslage auch unglaublich interessant und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, das hätte halt so, das wäre so gekommen. Also wirklich, das wirkte irgendwie echt sehr realistisch, um es mal so auszudrücken. Ja, also ich fände es ja immer noch eine der dümmsten Prämissen aus Jurassic World 3, dass man behauptet, dass die Erde, also die Weltorganisationen das nicht hinbekämen, wenn da so ein paar hunderttausend Dinosaurier rumliefen, die einfach in so einem Dinosauriergenozid platt zu machen und fertig. Und das kriegt halt The Creator hin, mir zu zeigen, sodass also die Fronten komplett geklärt sind. Nur, dass das Publikum irgendwann so merkt, auch, es ist kein false advertising, aber im Marketing, zumindest im ersten Trailer, hatte man ja schon das Gefühl, dass KI so der, der böse Teufel ist. Und das ist ja im Film komplett das Gegenteil. Ich würde sagen, dass der Film so eigentlich das Leben an sich in den Mittelpunkt stellt und da keine Unterschiede macht, ob das künstliches Leben oder künstliche, Entschuldigung, künstliche Intelligenz ist oder von Menschen biologisch geschaffen ist. Ich finde ja auch den Aspekt ganz interessant, dass dann so typisch, sage ich mal, humane Eigenschaften wie Spiritistik oder sowas, wenn du diese ganzen KI-Mönche irgendwie anschaust, das ist halt eben so eine, da sind wir wieder bei dem Begriff Melange, die kannte ich zumindest vorher gar nicht. Und hat dem Ganzen so einen ganzen Weil das ist halt eben die, das ist halt der Aspekt von Intelligenz, der immer oft so wegfällt bei solchen Sachen. Weil so Intelligenz heißt ja auch, dass man sich weiterentwickelt und zu einer Weiterentwicklung gehört ja auch, dass du irgendwie erkennst, eh, ich bin halt ein spiritueller Typ. Und von daher fand ich das auch eine super Idee, dass dann einfach auch mal so Robotermönche da rumlaufen. Warum denn nicht? Und was ich auch stark fand, ist diese eine Szene, wenn dieser Ken Matanabe-Roboter dann einfach sagt, wisst ihr, was passiert, wenn wir den Krieg gewinnen? Gar nichts. Wir werden einfach weiterleben. Punkt, aus, Ende. Ja. Ja, ich meine. Und er hat ja auch durchaus, was das angeht, so ein bisschen Matrix-3-Vibes mit dem Unterschied, dass Matrix-3 halt so selbst besoffen und so verkopft ist, dass der Film, glaube ich, selbst nicht mehr weiß, am Ende, was er eigentlich wollte. Und bei The Creator, der ist halt, der ist intelligent, aber ich finde, der ist dabei irgendwie noch, ich nenne es mal bodenständig. Also da musst du jetzt kein Semester, Semester Robotnik oder Phlysophil studiert haben, um den zu verstehen. Der bringt das relativ einfach auf den Punkt. Das hat mir auch sehr gefallen. Also gut, es gibt immer, in dem Film gibt es natürlich eine Frage, die wir wahrscheinlich auch allesamt nicht beantworten können. Das ist halt so die große Unbekannte, wieso jetzt gerade dieses Kind diese Macht hat und was da jetzt der, die tolle Idee ist, weswegen dieses Kind diese Ausschaltfunktion so genial beherrscht. Weswegen? Keine Ahnung, ist egal. Sleep Timer. Was? Sleep Timer oder soja. Und was haltet ihr eigentlich von dem Ende von dem Film? Ich habe nämlich dann heute so drüber nachgedacht und mir ist dann beim Heimfahren irgendwie aufgefallen, warte mal, ist jetzt John David Washington eigentlich gestorben oder nicht? Der hat so ein positives Ende, obwohl eigentlich unser Freund, der uns durch den ganzen Film geführt hat, wahrscheinlich explodiert ist, oder? Nicht wahrscheinlich. Der ist schon hinaufgeflogen, würde ich sagen. Ja, also ich bin doch nicht so ganz beim Ende, sondern eher so beim Kind selber erklärt sich ja relativ viel darüber, so welche Wendung das mit Alfie nimmt. Also das ist ja, das ist eines meiner, vielleicht sogar größten Probleme, dass manchmal ich das Gefühl hatte, dass der Film so ein bisschen das aufbauscht, um dann so einen großen Reveal zu haben. Also mir war halt relativ früh klar, dass das irgendwie da deren Kind ist, also das von Joshua und Maya, aber dann irgendwie noch ein Gimmick dazugekommen sein muss und irgendwann wird ja dann relativ klar, dass dieses Kind aus dem gestorbenen Embryo von Maya oder den sonstigen Creatoren oder der Creatorin. Nennen wir es Recycling. Genau, es wurde halt irgendwie gebaut und gleichzeitig wird da auch mir so nicht so ganz klar, weil irgendwie zeigt mir der Film ja gegen Ende, dass Maya eigentlich da im künstlichen Koma liegt oder so und das seit Jahren und ich mir dann die Frage stelle, okay, wie hat sie das dann aber bewerkstelligt Das habe ich auch nicht kapiert tatsächlich mit der ganzen Geschichte. Ja, wobei ich finde, das sind so Leerstellen, die finde ich eigentlich nicht störend. Also ich für meinen Teil, ich habe mir die Frage auch nicht gestellt. Die hat ja diese Figur fertiggestellt beziehungsweise diese Figur, das Kind fertiggestellt und dann anscheinend vielleicht ganz, wie es halt eben mal passiert, einen Schlagernfall gehabt oder was? Ich weiß nicht, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich kapiert. Ja und das ist so ein bisschen mein, ohne jetzt wirklich zu mäkelig und nitpicky zu sein, aber das ist so mein größtes Problem mit dem Film, weil er schon ja so, du sagtest jetzt Leerstellenstu, ich fand halt, dass der Film dann manchmal doch schon sehr, sehr überdeutlich Sachen auserklärt. Also gerade so die Geschichte um Alfie und dann die Geschichte um Maya und jetzt ist mir der bekackte Name von dieser Entität, die es dann ist am Ende, die sie ja immer suchen. Mutter, nee, die Namada. Namada. Ja, genau. Das wird ja so alles so aufgebauscht und dann wird es ja doch irgendwie immer alles zu Ende erklärt und dann wird am Ende aber soll dann, also ich hatte es wirklich so interpretiert, dass die Folgen der Explosion aus dem Prolog dazu geführt haben, dass sie da so liegt. Aber kann mich auch irren. Tatsächlich kann das sein, das Einzige, also ich hätte es am naheliegendsten so gefunden, aber tatsächlich gab es ja da eine Stelle, wo man dann visualisiert sieht, wie sie an dem Embryo arbeitet. Ja, genau. Genau, das fand ich halt. Das fand ich halt. Für mich sagt ja auch einmal, oder der Ken Wetter-Name sagte, dass sie die Arbeiten an Elfi ein paar Wochen vor der Hochzeit oder so halt fertiggestellt hatte oder so ähnlich. Hä, okay, dann hat, was, wie, dann hat die, ja, egal, egal. Also, aber das sind so Sachen, die jetzt nur aus meiner Perspektive, die mir auch echt egal sind. Das ist auch ein Grund für eine Zweitsichtung, da kann man dann praktisch mal draufglotzen, wenn uns das nicht klar ist. Ja, definitiv, definitiv. Und ich muss auch sagen, was ich auch mochte, also jetzt mal auf das Ende zu sprechen, ich mochte, dass der am Ende auch einmal mal sagt, so scheiß drauf, jetzt gibt es Pathos. Scheiß drauf, jetzt aber mal richtig schön dicke mit so den obligatorischen Verabschiedungen zwischen mit der dicken Glas, mit Händchen noch irgendwie halten. Wie bei Lost. Und er darf dann noch zum Schluss dann seine Roboterfrau noch mal in die Arm halten. Fand ich schön. Ich muss sagen, ich habe nicht gemeint, weil ich ein Mann bin, aber die Luft war schon sehr trocken zu der Zeit in dem Kino, muss ich sagen. Ja, also tolles Ende, vor allen Dingen auch mal ein Ende Ende und nicht ein, na, Fortsetzungsende. Also wir halten uns die Tür auf und so weiter. Sehr angenehm. Also wirklich auch mal ein Originalstoff, um jetzt mal die große Keule rauszuschwingen. Kein Film, der einen Franchise-Gedanken in sich birgt, außer dass die Welt einfach durchaus noch Zeit oder Lust darauf macht, dass man in ihr Zeit verbringen möchte, um sie weiter zu erkunden. Ist eine Disproduktion, wenn du erfolgreich genug bist, kommt die Serie. Das kann gut sein, ja. Bitte nicht. Aber ich weiß auch wieder, ich bin irgendwie der Stinkstiefel vielleicht, aber dass ich der Einzige mit Kindern hier in der Runde, mich hat das am Ende nicht ganz gekriegt. Also ich glaube einfach... Gleich wenn du im Kino, weil du schon zu Hause und beruflich so viel mit Kindern zu tun hast, dass du es im Kino nicht haben willst. Nein, nein, das ist, ohne jetzt zu privat zu werden, aber das ist seit Kindern wirklich schlimmer geworden, dass so Kindersachen ganz, ganz schwer zu verdauen sind für mich, wenn Kindern was im Film passiert. Und es kann auch nur, dass irgendwie Kind wird erschossen und passiert off-camera oder sowas. Seitdem kann Robocop 2 nicht mehr gucken. Zum Beispiel, ja. Das Problem für mich ist tatsächlich so die Struktur, weil der Film, der schafft für mich, also er bräuchte für mich fünf bis zehn Minuten am Anfang mehr zwischen Maya und Joshua, um diese Liebesgeschichte komplett zu inhalieren und komplett investiert zu sein. Und dann versäumt er es für mich im Zwischenteil, wobei er das halt geschickt macht, weil er nicht diesen Spielberg-Weg geht, dass so diese richtig beide so bonden und connecten, also Alfie und Joshua, die haben also für mich irgendwie noch genug Beziehungen, um investiert zu sein. Aber für mich war es dann am Ende nicht so, dass es für mich gereicht hat, um diesen emotionalen Punch zu kriegen. Also den hat er bei mir nicht ganz landen können, diesen Schlag auf die Leber, dass er sich so, oh Gott, das ist so schön. Also ich fand wirklich, es ist ein tolles Ende, aber auch da wieder inhaltlich gar nicht so überraschend, wie man vielleicht denken mag, außer dass auf einmal der Mond ins Spiel kommt. Aber muss das immer überraschend sein? Nein, 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 das meine ich gar nicht. Aber ich fand so, wie gesagt, für mich, es hat mich nicht so ganz gekriegt, weil irgendwie so die Knöpfe, ich fand einerseits waren die Knöpfe auch, du sagst Pathos, ich fand sie gar nicht so hart gedrückt, aber selbst da hat es bei mir nicht ganz funktioniert. Wie war es denn bei Max? Ich fand eigentlich im Prinzip die Chemie zwischen Josh und Alfie, also glaubwürdig und gut. Ich fand das Kind tatsächlich da auch emotionaler und für mich die Reaktion des Kindes ein bisschen fesselnder als jetzt seine. Seine Beziehung zu seiner Frau habe ich jetzt mehr oder weniger, die hat mich kalt gelassen tatsächlich. Während des ganzen Films war die Suche nach seiner Frau war für mich nie so irgendwie im Vordergrund. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Kind irgendwie ins Spiel kam, war es für mich eine, mehr oder weniger, so ein Film, wo es klar war, das Kind musste irgendwie über die Ziellinie bringen. Das hat der Film dann irgendwie gesagt und dass das dann am Ende geklappt hat, fand ich eigentlich ganz schön, aber ich habe dem Kind auch tatsächlich so diese Trauer und die Angst abgekauft. Und wenn es bei mir da funktioniert hat, dann stelle ich es dann auch nicht großartig infrage. Übrigens, eine Sache, der Film endet ja durchaus hoffnungsvoll. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Zukunft in dieser Welt, in der Creator spielt, echt finster aussieht. Denn Elfie ist ja sehr mächtig und sie ist jetzt ein Kind. Aber stell mal, die wächst ja. Ich will nicht wissen, wie die abgeht, wenn die Pubertät kommt. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Das können nur andere beurteilen. Ich denke mir halt, man kann man ja sagen, das ist ein offenes Ende, weil du bist ja eigentlich mehr oder weniger nur zu dem Zeitpunkt gekommen, an dem jetzt dieser eine Angriff abgewehrt wurde oder beziehungsweise die große amerikanische Waffe, der Todesstern, sozusagen zerstört wurde. Aber hey, kann man keiner weismachen, dass die US-Armee da nicht an ihrer Ehre gepackt wird und dann irgendwie weiterverstückt irgendwas zu machen. Aber stimmt, du hast mir gerade die Augen auf, im Prinzip ist es ja auch ähnlich wie Star Wars. Das ist so Rock One. Ja, aber das glaube ich immer, das übermächtige große Teil ist für mich immer der Todesstern. Nee, aber stimmt, oh Gott, nein, ich sehe es jetzt schon kommen, wenn der Film offiziell in den Kinos kommt, da gibt es nur so Verweise. Das ist wie Star Wars. Nee, also mir gefällt, was tatsächlich, was mir sehr gut gefällt, also ich werfe jetzt da mal so meine Sachen mit rein. Children of Man und Apocalypse Now. Das sind so meine zwei Dinge, die mich bei dem Film da am meisten an die Creator erinnert haben. Und ja, der Rest ist mir wurscht. Da sollen sie jetzt Star Wars reinbauen, wenn sie wollen. Ich hoffe halt nur, dass die, die irgendwann die Esoteriker nicht auf die Idee kommen, uns weismachen zu wollen, wie tief der Film ist, weil der Film hat schon so ein paar Ideen, die interessant sind, aber er weiß am Ende auch, dass er hauptsächlich ein Unterhaltungsfilm ist. Also ich habe da schon die Befürchtung, dass du vielleicht, wenn du ein bisschen tiefer im Buddhismus drin steckst, dass du da schon die ein oder andere Philosophie vielleicht auf den Film übertragen kannst. ist, aber ich, nee, das lassen wir dann. Der Dalai Lama läuft mit Zola in der Küche. Ja, keine Ahnung. Gut. Hui, da haben wir jetzt einiges zusammengetragen. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Nee, ich glaube, das war's. Also wie gesagt, ich hatte schon im Fazit was gesagt, ich würde mir auf jeden Fall am Kino angucken und visuell lasst euch da einnehmen, inhaltlich erwartet jetzt nicht. Wie soll man das sagen? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Science-Fiction und Action-Nerd und laufe da tatsächlich in jedem Raum. Der Mann findet eigentlich alles scheiße. Und tatsächlich, ich bin da sehr gut unterhalten, rausgekommen und sehr, sehr zufriedengestellt. Also von dem her, ich glaube, das ist tatsächlich, der Film ist dieses Jahr ein Muss für, für alle, die irgendwie Zukunftsvision lieben. Ja, also für mich ist der Film Muss für alle, die Kino mögen und große Bilder und ein tolles Worldbuilding, weil das liefert der. Und ja, damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tete Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen, dann darf der Max Tschüss sagen und dem Timo Gebüter das letzte Wort. Tschüss. Gut, dann überleite ich einfach nur zu Timo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich leite ins Ende über. Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.